Nun stehen weitere Warnstreiks an und die beginnen in Nordrhein-Westfalen direkt am Montag. Im Großraum Köln-Bonn und Leverkusen ruft Verdi alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst zu ganztägigen Warnstreiks auf. Eingeschlossen sind auch die Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf. Bis in die Nacht zum Dienstag soll hier der Ausstand andauern. Mit Ausfällen und Verspätungen ist zu rechnen. Erst vergangenen Freitag hatten Warnstreiks fast vollständig den innerdeutschen Flugverkehr lahmgelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017